Wie so unfair Ach die ist das ooooh Ja die hatten wir als erstes glaube ich Scheiße Und jetzt vom ersten Mal fast geschafft wurde Sie freist aus und sie freigte mit Bewegung in Florian Ach die, oh ne das ist die schwer Ach die ist das Ja Daniel Einen super Gegner haben wir da gefunden Wunderbar Wunderbar Das sind so viele Was ist? Ne isch Manuel, jetzt ess du Danke Mach langsam Schatz Mach langsam Schatz Ich wollte es wo bis der Opa raus sind Ich wollte es jetzt mal mitnehmen Ich wollte es jetzt mal mitnehmen Wunderbar Wunderbar Uu吗 CSyn Und Wunderbar Nee, ist keiner mehr da, Ben. Die schlafen. Idiot. Aber du kannst mal dort die Roller ein bisschen runter machen, damit die Stechen mit da rankommen, wenn du schon die vollen Festbeleuchtung anbrachst. Oh, ich spüre es. Oberstattung. Nee. Meine Güte, du Scheißfotze. Steffen. Echt? Soll schon drüben aus deinem Mund. Du meine, du hast schon drei Wochen verjetzt. Jetzt ist mir so rausgerutscht. Ich komme mit der ganzen Zeit noch zu, jetzt geht es aber nicht mehr. Jetzt gehen wir unsere Vorstellung. Ja, du musst du mal fämmert so ziehen. Nee, mach doch mal langsam. Ja, mach ich flera. Du musst blöden die fämmaste Bambassanbraun. Du musst blöden so koflang. Du willst du mal so die Schlafen? Ja. 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 Ja, das ist mir da. Ja. 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 Wir können nicht viel Schade einstecken, wir beide. Nein. Mach nur, Cap. Mach nur, ich brauch nur die Runden. Weißt du? Du dreckiges Scheißvieh, verpässt dich jetzt. Nee, das juckt doch noch mehr. Aha, sicher, aber mehr als Oma, klar. Ich hab dich richtig gekratzt. Ja, die Stachel waren drin. Ich finde tatsächlich das von der Mama schlimmer. Ja. Nee. Ja, wow, ich fall komplett nur hin und raus. Ich fahr fast drin. Zwei Schläge, wirklich. Was fällt denn? Super. Ich spiel, kotzt mich ab. Na, schon. Nicht gleich, ne? Ja. Ich fahr fast. Ja. Ich fahr fast weg rum. Das ist doch geil. Ich fahr fast hin zu sein. Das ist doch geil. Das ist doch geil. Das ist doch geil. Ich fahr fast hinzu. Das ist doch geil. Ich fahr fast hinzu. und ey mein, du bist friert oh mein ich habe es geschafft also kann sich nicht einigen musste sofort aus welchen andere müsste muss verzögert ausweichen ich bestimmt scheiße mir ist so warm alter die hohe ausgezogen trotzdem ist mir noch heiß das hat ein geiles video jetzt her Pornhoof wenn sie in der Luft ist dann musst du kurz warten bis die bis der ausweist joa wenn der Kelp neue kommt muss ich mich wieder umgewöhnen dann kann ich nämlich nackt durch die wohnung ich finde ich nicht haha ich schulde ich dir seine Anklage ja auch der Kelp kriegt auch Krebs das hast du gesagt nicht ich ihr kennen das schon alle aber der Kelp kriegt auch Krebs da so ein paar Pommes Panzer um die Ecke kommen nackt die tippen bis zu der Knie mach weiter das wird ein schönes video ich hab keinen Bock mehr ich sag grad mach weiter wird ein schönes video ein Viertel fehlt noch mann warum kriegst du denn nicht geschwächt in der normalen Welt ne geht nicht das Ventil kitzelt an der Kniekehle du musst quasi hingehen dann L1 warum kann ich da nicht springen und dann Viereck das musst du in der Nähe von diesem Eingang machen so aber nicht zu nah sondern quasi so wenn du bisschen da reingehst so quasi von der Treppe aus und dann durch diese Exemposive oder Schockwelle die du da machst ist dieser Geist weg ich muss auf dem Ding weiter gehen scheiße der sie da beschützt weil rechts gehts dann ja rein in diese kleine Höhle da ja und da ist dieser Geist drin den kannst du aber nur kaputt machen mit der Laterne und das kannst du am besten machen wenn du in diese Welt reingehst das ist echt jemand weiter ein Ziel und dann kannst du ihr nämlich Schaden machen soll ich dir kurz zeigen oder hast du sie besucht? ne ich hab aber schon gut Schaden gemacht aber sie sie geht nämlich noch in der zweiten Phase so der hat sich schon Lessons mhmmm jin 1, 2, Laterne, wo dann ist der Geist weg. Ja, kein Checkpoint hier. Mitnehmen, erstmal meine Seele. Wo muss ich wo hier hin? Ich finde zwar dein Smile mehr, aber mehr nicht. Oh, cool, cool. Und immer, wo nicht so viele Schläge machen, das kann ja zum Verhängnis werden. Oh. Ja. Du hast mir besser keine Augen. Ja. Okay, was geht hier ab? Komm mal, hör zu, damit ich auslaufen kann. Ich kann schon mal Ihrem Tape zeigen, wie toll du das machst. Oh Mann, ey. Oh, ich hasse diese. Okay. Können Sie mit dem Cape um die Wette rennen, hm? Boah, die Juff. Fatsche, Alter. Ja. Was? Da macht der Hermes. Mhm. Ja. Ja. Ja.